Leute, wen ruft Pietro Lombardi an, wenn die neue Philipp Plein-Kollektion droppt? K1 ist zurück und rappt wieder. Ganz wie früher. Warum er mit, wenn ich rappe, viele an die gute alte Zeit erinnert? Oh, ich krieg ein bisschen Flashbacks, Alter. Ich krieg ein bisschen Flashbacks an die guten alten Chub-Live-Zeiten, Alter. Und warum ich mir den K von 2007 aber nicht unbedingt zurückwünsche, das seht ihr jetzt. K1. Kenneth Glöckler mit einem Ö. Ganz wichtig, Glöckler. Nur ein Ö. Wir sind VIP, wir sind Fame wie noch nie. Die beiden sind wirklich grundverschieden. Kommt schon, Leute. Grundverschieden. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Bei solchen Bildern vergisst man leicht, dass K1 einmal als das Wunderkind im Deutschrap galt. Die meisten, die Dinge kommen gerade vom K. Bei BMW-Album wirklich, wenn ich nicht mehr weiterhabe, hab ich gedacht, ey, K, was soll ich jetzt machen, Alter. Und dann fängt der an, rapp mal so, alles klar, Bombe-Album, fertig. Im BMW könnte man sagen, ist zu 80% von K. Was er wohl noch so alles geschrieben hat? Hm. Mit diesem Meisterwerk... ...prägen K1 und Bushido 2010 ein Stück deutsche Popkultur. Der Höhepunkt einer einzigartigen Männerfreundschaft. Danach geht's steil bergab. Ihr wisst es ja alle, das EGJ-Dreamteam geht irgendwann in die Brüche und schenkt uns eine der legendärsten Schlammschlachten in der Geschichte von Deutschrap. Fast ein Jahrzehnt Beef, Diss-Tracks, Stern-TV-Interviews, Polizeischutz, Long-Story-Shot. Es war so krass, Alter. Es ist so krass, Mann. Es ist so krass. Was da im Hintergrund alles passiert ist und so, ne? In dieser Zeit entdeckt das Privatfernsehen den guten K und... Wie sag ich's? Ah ja. Arsch auf Eimer. Jo, was geht ab, Leute? Das ist euer Mann Prinz K1 und ich bin heute zu sehen bei Köln 50667. 2015 sucht er bei einer Datingshow seine Prinzessin. Spoiler-Alert, keine dabei. Ich bin auch ein Typ, der unheimlich gerne Gedichte schreibt. Ja. Ich male auch gerne, also gerade Landschaften und so. Echt? Inhaltlich ist er... recht flexibel. Und er versucht auch sonst im Leben ganz gern neue Dinge. Freunde, hier ist K1 und ich probier mich heute bei McDonalds als Mitarbeiter. Musikalisch verändert er sich über die Jahre vom Straßenrapper zum German-Latin-Lover. Mit Senorita brechen K1 und Homie Pietro Lombardi 2017 deutsche Streaming-Rekorde und landen zum ersten Mal gemeinsam auf Platz 1 der Single-Charts. Musikalisch Dieser ganze exotische Urlaubs-Flirt-Kitsch funktioniert in Robinson-Deutschland super gut. Weil K1 ein cleverer Geschäftsmann ist und es safe checkt, hat sich bei ihm in den letzten Jahren, mal Hand aufs Herz, hat Songwriting-technisch nicht mega viel getan. Bis jetzt. W.I.R. oder wenn ich rappe, ist wieder Rap. Straighter, aggressiver Rap. Sein Comeback als Double-Time-Streber hat mich dann doch, bin ich ehrlich, etwas gewundert. Warum macht er das? Warum gerade jetzt? Warum so? Lief doch ohne Rap für ihn eigentlich ganz geil. Ganz kurz. Versteht eigentlich irgendjemand, was er da am Ende sagt? Interessanter ist dann, wenn ich rappe ja, dass es für seinen ersten richtigen Rap-Track seit Jahren diese Monster-Double-Time-Akrobatik-Show sein muss. Ja, ich weiß, das ist schwer und krass, wenn man das kann. Und ja, ich kann das nicht und irgendwo tief in mir respektiere ich das auch rein technisch gesehen, aber kommt schon, Double-Time-Rap ist doch bissl old. Mittlerweile ist es sogar eher was für YouTube-Challenges. Ist Double-Time nicht ein bisschen, naja, auserzählt? Universal Pop und dennoch Bus fahren, geil. Hör meine alte Mucke an, ich habe 100 Jahre schon gar Bock auf Double-Time, ja, aber muss wohl sein. Was sind denn für euch die legendärsten Double-Time-Parts of all time? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich finde, diese höher, schneller, tighter Angeberei wirkt heute albern. Ist eben nicht mehr 2007, yo, yo, chica, yeah. Am Ende bin ich eher bei Azad. Wenn du selber am eigenen Leib durch diese ganzen Stufen des Raps gegangen bist und auch auf der Stufe warst, wo du so gerappt hast und dann aber irgendwann dein Wissen sich erweitert und du irgendwann merkst, Moment mal, jetzt habe ich mal langsam gerappt und Pausen hier und da gelassen, das ist ja viel schwerer gewesen. K1 gehört zu einer der ersten Generationen deutscher Straßenrapper. Und die ist eben auch älter geworden. Wie Shindy oder Bushido ist er gerade dabei, einen Weg zu finden, als Rapper relevant zu bleiben. Während der eine auf arroganten Großverdiener macht, macht der andere immer noch Stress ohne Grund. Er ist guter Junge und ich steigere mein Reimvermögen und deine Mutter kriegt meinen Schwanz in ihre Speiseröhre. Damals hat dieses Prollrap-Ding die erste Realkeeper-Deutschrap-Generation erschreckt. Heute, über zehn Jahre später, schockt es doch kaum noch jemanden. Wenn K1 2021 wieder rappt wie damals, liegt das vielleicht einfach daran, dass ihm nichts Neues einfällt? Man muss aber auch einfach anerkennen, viele, viele Leute feiern K1s neues Video. Sehr sehr viele wollen den K1 von früher zurück. Für Nostalgie gibt es eben einen Markt. Es würde mich nicht wundern, wenn WER nur ein Vorbote wäre für ein Oldschool-Deutschrap-Album von Prince K1. Wenn Rapper altern, altern auch ihre Fans. Double Time und EGJ-Vibe hält die bei Laune, die mit Pasha und Shirin nichts mehr anfangen können. Die Rap wollen, wie er damals war. Finanziell gesehen wäre ein neues K1-Album für ihn sicherlich nicht mies. Brauchen wir das? Nee. Wäre es ein bisschen lustig? Definitiv. Oder wie seht ihr das? Brauchen wir dieses Album? Kann euch K1 überhaupt mit diesem Double-Time-Part beeindrucken? Schreibt's mir in die Kommentare. Wie Deutschrap heute klingt, das kann man bei Luciano hören. Warum sein Drill-Film aber auch langsam graue Haare bekommt, das seht ihr hier. Hier kommt ihr zur PULS-Musikanalyse der Podcast mit meiner Kollegin Tamara Gütschlü. Und Leute, ihr kennt das Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo oder macht die Glocke an, schau bis nächste Woche. Seht ihr, es ist doch wack.